Schon in der Altsteinzeit wurden Mineralien als Schmuck getragen. Man schrieb den sogenannten Halbedelsteinen sogar wundersame Wirkungen zu. Jetzt schätzt man sie vor allem aufgrund ihrer Schönheit und viele Menschen glauben auch heute noch an die Kraft bestimmter Steine. Die Welt der Mineralienäcker GmbH in Neunkirchen hat sich auf den Großhandel mit Mineralien und den Import von besonders reinem Himalajasalz spezialisiert und beliefert Mineralienhändler und Esoterikgeschäfte. Halbedelsteine gibt es in unzähligen Facetten. Angefangen von über zwei Meter hohen Amethystgeoden, über Onyx und Bergkristalle bis hin zu Zimmerbrunnen und Steinlampen aus verschiedenen Mineralien führt das Unternehmen alles, was das Herz eines Mineralienfreundes in Entzückung versetzt. Direkte Eigenimporte von den bedeutendsten Minen der Welt garantieren dabei immer eine hohe Qualität der Steine. Weitere Informationen zum Mineralienangebot des Unternehmens erhalten Sie unter www.ecker-austria.at